Willkommen hier in diesem Prunksaal des alten Rathauses. Wir drei übernehmen jetzt ab jetzt die Abendunterhaltung und ich habe die Freude zwei ganz wunderbare Gäste hier zu diesem Abend vorstellen zu dürfen. Links von mir Markus Heinzdorf, er stammt aus Oberbayern, er hat Goldschmidt gelernt, Bildhauerei studiert und arbeitet als Installationskünstler und Architekt seit jetzt schon gut 30 Jahren, 40 Jahren, 30 Jahren circa, also seit Anfang der 80er Jahre, auf globaler Ebene auch. Berühmt sind seine temporären Pavillons geworden. Er baut mit Naturmaterial, mit Bambus, aber auch mit recycelten Müll und macht Dinge, die die Kunst verlassen Richtung des Nützlichen, sagen wir so. Also wenn man sich schon fragt, sind das jetzt Skulpturen, die wie Häuser aussehen oder Häuser, die wie Skulpturen aussehen. Also es ist ein richtiger Grenzgang, auch Mini-Wasserkraftwerke, wo sozusagen dann die künstlerische Fantasie sich mit der unternehmerischen Bastelei und all dem schon tat. Wir werden darüber reden. Rechts von mir sitzt Karl Charlie Gleissner, er ist in Innsbruck aufgewachsen, hat Technik studiert, ist dann in Silicon Valley gegangen als Softwareentwickler, hat dort auch mit Steve Jobs gemeinsam das Apple-Betriebssystem entwickelt, war dann mit seiner eigenen Firma oder wo er Teile davon hatte, dann irgendwann mal so 100 Millionen Dollar schwerer und hat sich gedacht, jetzt muss ich was anders machen in der zweiten Hälfte meines Lebens und ist Impact Investor geworden. Gründete eine eigene Stiftung, Netzwerke für Social Impact Investments, wo also sozusagen das Vermögen eingesetzt wird, messbaren, produktiven, ökologischen und sozialen Nutzen zu entfalten. Das heißt, es ist nicht Philanthropie, sondern soll schon so etwas wie ein Return of Investment generieren. Jetzt haben Sie schon mitgekriegt, ich habe hier heute zwei Gäste, die sehr interessante Sachen machen. Das heißt, wir können nicht so wie bei vielen anderen Diskussionen damit anfangen, dass man ein Thema hat und dann jage ich die aufeinander zu, sondern wir müssen in einer ersten Runde ein bisschen nachfragen, hey, was machen Sie eigentlich, damit Sie das Interessante, was hier passiert, auch ein bisschen vorgestellt bekommen. Das heißt, es wird ein bisschen eine Interviewstruktur haben und dann hoffentlich eine Debattenstruktur. Meine erste Frage, was ist Impact Investment? Also vielen Dank, dass ich heute da eingeladen bin. Ich freue mich sehr, da teilzunehmen und auch dann über die Interaktion und Diskussion mit dem Publikum. Wenn es mich manchmal in Anglizismen verreißen sollte oder mir ein Ausdruck fehlt, dann verzeihen Sie mir, wenn ich einen englischen Brocken hineinwerfe. Ich bin seit 1986 in den USA und ich glaube, ich habe mich aber besser entwickelt als der Arnold Schwarzenegger, der wirklich nicht mehr Deutsch und Englisch kann. Aber Impact Investing ist praktisch definiert mit vier Aussagen. Das Erste ist eine, es ist nicht eine Anlegerklasse, sondern eine Art des Anlegens. Eine Art des Anlegens, wo man über das ganze Portfolio, das man hat zum Investieren, den Impact Screen drüber legt. Das heißt, wenn man den Cash anlegt in einer Bank, dann muss die Bank damit ethisch umgehen, muss transparent mein Geld verwenden, sollte es nicht verwenden mit Sachen, an die ich nicht glaube zum Beispiel. Wenn ich in Aktien investiere, dann verlangen Impact Investoren, dass die Aktien, also die Firmen, in die man investiert, sowohl den environmental, den ökologischen und den sozialen Impact auch kommunizieren. Also das wäre praktisch die Anlage über alle Erseklassen. Das zweite Kriterium für Impact Investoren ist die Intention dahinter. Man will explizit was Positives erreichen, nicht durch Zufall. Das heißt, Impact Investoren überlegen sich, je nachdem, was sie dazu beitragen wollen, für die Verbesserung der Welt oder von der Menschheit, in was sie investieren wollen und messen das dann auch. Das ist die dritte Komponente. Das ist nicht nur, wie Sie gesagt haben, um den ökologischen und sozialen Return geht, sondern sehr wohl auch um den finanziellen Return. Es ist nicht Philanthropie, es ist aber auch nicht die Maximierung vom finanziellen Return unter allen Umständen, weil wir eben explizit die anderen Impakte auch messen müssen und wollen. Und das vierte Kriterium ist, dass man den Impact auch misst. Also nochmal, eine Anlagestrategie mit der Intention zum Impact, sowohl finanzielle Returns und auch soziologische und ökologische Impacts und dass man den misst. Jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich muss da jetzt sozusagen natürlich gleich böse nachfragen und kritisch nachfragen. Bös. Ich würde jetzt sagen, wie sollte es funktionieren? Im Rahmen eines Systems, von dem man sich nicht loslösen kann, das gewissermaßen die Regeln macht. Können Sie jetzt hergehen und sagen, Sie kennen dieses, vielleicht kennen Sie dieses Stück von Berthold Precht, der gute Mensch von Seezuarm, eine Kaufmannsfrau, die Gutes tun will und merkt, sie geht dabei bankrott, also merkt sie, sie kann als Kaufmannsfrau nur böse sein und als guter Mensch gut sein und spaltet sich quasi auf. Es gibt da diesen klassischen Satz, also gute Vorsätze bringen ihn, weil sie sich als Mann tarnt, bringen ihn als an den Rand des Abgrunds, gute Taten stürzen sie hinab. Gilt es nicht für sowas auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel in eine Mine investieren und sagen, die soll die Umwelt nicht verheeren und soll die Arbeiter ordentlich bezahlen, dann konkurriert sie mit Minen, die das eben nicht tun und hat Kosten und Nachteile und ist weg vom Markt. Wir würden in solche Minen nicht investieren und wir stimmen nicht darüber ein, wir stimmen nicht mit Ihnen darüber ein, dass es da immer einen Trade-off geben muss. Wir investieren, also wir würden in Minen, die die Welt verschmutzen und die die Arbeiter nicht adäquat behandeln, nicht investieren, weil es nicht unseren Kriterien entspricht. Im Minenbereich gibt es momentan sehr wenig zum Investieren und daher investieren wir auch sehr wenig in den Bereich, aber in Commodities, das ist ein Teil von Commodities und in Commodities investieren wir statt in Gold, statt in Diamanten investieren wir in Biodiversity, in Carbon Offsets, in Renewable Timber, in Wassermanagement, also die modernen Resource Management, wo wir dran glauben, dass wenn man die richtig managt, dass man damit einen positiven Beitrag leistet zu Resource Consumption und Produktion. Und wir sind auch nicht mehr die Einzigen, die das machen. Vor zwei Jahren hat unsere Stiftung einen Bericht herausgebracht, der war voll transparent in Bezug auf alle Erste Klassen und wo wir investieren. Und natürlich hat jedes Investment einen positiven Impact und einen negativen Impact. Den kann man systemisch nicht total ausschalten. Was wir Impact Investoren verlangen, ist, dass wir den Positiven maximieren und den Negativen minimieren. Und wie wir das machen, ist, dass wir eben Transparenz fordern und bei der Due Diligence so weit wie möglich nachfragen, was sind denn die negativen Konsequenzen und dann auch Einfluss nehmen, falls wir können, die negativen Konsequenzen zu minimieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wir investieren sehr wohl in erneuerbare Energie und zum Beispiel auch in Windkraftwerke, die überwiegend positiv sind. Natürlich nicht nur positiv, sie haben auch negative Konsequenzen. Manchmal in Bezug auf das Vögel hineinfliegen in die Turbinen und so weiter. Aber im globalen Bereich gesehen würden wir das summa summarum als positiven ökologischen Kriterien ansehen. Wie wir aber zum Beispiel eine Windfirma angeschaut haben, die sehr viel investiert in Zentralamerika, sind wir draufgekommen, dass die ihre Windturbinen bauen auf Land, das eigentlich den lokalen Bevölkerung, den lokalen Indianern gehört hat. Und die haben die praktisch von ihrem Land vertrieben, ohne ihnen sogar was zu zahlen. Das heißt, der soziologische Return ist absolut negativ. Und obwohl also der ökologische Return in dem Sinn positiv ist, konnten wir so eine Investition nicht machen, weil der negative Return am soziologischen Bereich zu negativ ist. Sie haben ja mit vielen Leuten zu tun, wie sie das so etwas tun. Was ist die Motivation aus Ihrer Sicht? Wollen die Leute ein gutes Gewissen haben? Also könnte man zynisch sagen, jetzt haben diese schon die ganze Kohle, ihre Pentheiser in New York und wollen dann auch noch ein gutes Gewissen auch haben. Ist das quasi die Motivation? Es hängt davon ab. Also ich fange an mit unserer eigenen Situation und werde dann irgendwie erzählen, was ich sehe von anderen Investoren, die diese Entscheidung treffen, um dann ein bisschen ein größeres Argument vorzubringen. Also wir sind, wir haben, wir, meine Frau Lisa und ich, wir sind ja nicht ausgezogen in Silicon Valley, um reich zu werden. Wir sind reich geworden als Seiteneffekt von der Arbeit, die wir gemacht haben und die Firma, bei der ich beteiligt war mit 1,75 Prozent, habe ich mit an den Markt gebracht und das war eigentlich die Ursache für unseren Reichtum. Da wir relativ schnell reich geworden sind, hat sich für uns sehr wohl die Frage gestellt, was ist das Meaning, was ist der Sinn hinter diesem Reichtum? Weil wir sind auf jeden Fall nicht sehr viel intelligenter als andere Ingenieure und andere Manager im Silicon Valley, obwohl wir dann sehr wohl wesentlich mehr Geld verdient haben als andere, die auch sehr intelligent sind. Das heißt, ich nehme mal an, es hängt nicht von meiner Intelligenz ab, dass ich so reich geworden bin, sondern vom Zufall, vom richtigen Zeitpunkt. Natürlich habe ich gewusst, wie das kapitalistische System funktioniert, was es heißt, an die Börse zu gehen und so weiter. Ich habe auch einen PhD, aber im Prinzip würde ich sagen, war es ein Zufall. Also wenn man mal das zugibt, dass es nicht das eigene Genie ist, dann kommt einmal das Ego ein bisschen heraus, weil sonst sagt man, das ist ja so großartig, da kann man das auch weiter so machen und so weiter. Dann ist die Frage, was macht man mit den 100 Millionen? Und da ergibt sich dann meistens entweder die Frage der Scheidung oder die Frage, ob man weiterhin als Familie zusammenleben kann, weil wenn ein Partner nur die Ferraris will und der andere Partner spirituell und nur meditieren will, dann funktioniert das meistens nicht. Und für uns, für meine Frau und mich war das eigentlich, Gott sei Dank, waren wir auf der gleichen Schiene, dass wir gesagt haben, die einzige gültige Grund, was zu tun mit dem Reichtum, den wir kontrollieren, ist, einen positiven Beitrag zu leisten für den Planeten und für die Gesellschaft. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir unseren Reichtum nur einsetzen könnten, um mehr Geld zu verdienen. Das sind die persönlichen Werte, die dann durchscheinen, wo man sagt, man hat Werte, dass man etwas Gutes tun will oder einen positiven Beitrag zu leisten. Wir haben das natürlich gekoppelt mit der Beobachtung, dass der Planet und die Gesellschaft eigentlich, dass alle langfristigen Vektoren ziemlich schlecht ausschauen. Was ich damit meine, ist, mit neun Milliarden Leuten, glaube ich, ist es sehr schwierig, ohne das System zu ändern, für alle, dass die alle neun Milliarden ein sinnvolles Leben haben, wo ihre Ressourcen und so weiter gesichert sind und dass das kapitalistische System, so wie es momentan passiert, entweder einen positiven Beitrag leisten kann zu der Transformation, die jetzt begonnen hat oder einen negativen Beitrag leisten kann. Da kommt also der Intellekt herein und der Systemdenker, der ich bin, und sagt, wie kann ich das kapitalistische System so ändern, dass die Externalitäten, wo die Makroökonomen sehr, sehr convenient für sie die Klimaveränderung und die Armut und alles als Externalitäten vom System sehen. Wir Impact-Investoren, wir wollen das intern in das System hineinführen, sodass die Minengesellschaften nicht mehr, dass sie die Chemikalien aufräumen müssen, die sie auf der Welt hinterlassen und dass die auch ihre Arbeiter richtig behandeln müssen. Also die Motivation von uns ist die Überzeugung, dass wir ein sinnvolles Leben leben müssen und dass für uns Reichtum ohne Sinn ist taxisch. Da kommen alle schlechten Charakteristika vom Menschsein heraus über Neid, über dass man streitet und man sieht das in vielen Familien und wir drehen das um und sagen, die meisten Investoren, die meisten Leuten mit viel Geld, die leben ein Leben von Angst, dass sie ihren Reichtum verlieren. Ich lebe ein Leben der Freude, weil ich meinen Reichtum dazu verwende, einen positiven Beitrag zu leisten. Wie wunderbar ist das? Die meisten Leute, also ich frage immer meine Doktorin in Silicon Valley, einmal im Jahr gehe ich zu der und ich sage, sie fragt mich immer die ganze Zeit, wie es mir geht, sage ich, wie geht es deinem Patienten? Und die sagt dann im Jahr 2010, nach der Krise, du Charlie, du glaubst es nicht, da war ein Patient von mir, der hat downsizen müssen von zwei privaten Chats auf ein privates Chat und ich habe keine Sympathie mit den Menschen, aber der ist physisch krank. Die sind physisch krank, man kann lachen drüber oder nicht, aber die Angst, dass man Geld verliert, manifestiert sich durch physische Krankheit. Die Leute sind arm, also ich habe Mitleid mit den Leuten, ich beneide sie nicht. Die einzige Möglichkeit, wenn man Teil der 1% Schicht ist, so wie wir und einige im Publikum, ist, dass man sagt, man will was Gutes tun damit. Auf die Frage, wie sehr es Armut ist, quasi immer mehr, mehr, mehr haben zu wollen und Angst zu haben, dass man weniger hat, werden wir noch zurückkommen, weil die Frage ist, ob nicht ein Finanzsystem so etwas auch triggert. Aber gut, da kommen wir vielleicht in einer zweiten dritten Runde zurück. Ja, Heinzdorf, Sie kennen ja vielleicht diesen Witz bei der modernen zeitgenössischen Kunst. Es gab ja auch diesen Beispiel, wo jetzt mal sozusagen, glaube ich, ein Beuys-Kunstwerk von der Putzfrau weggeräumt worden ist. Da gibt es ja diesen Witz, ist das Kunst oder kann das weg? Bei Ihnen würde ich fast sagen, ist das Kunst oder darf ich einziehen? Wenn man eines Ihrer Häuser sieht. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, sozusagen, also ich sage es ganz simpel, der Geist in der Kunst ist doch oft so, la pour la und ein schönes Kunstwerk und eine Reputation innerhalb des Kunstfeldes zu haben und nicht so sehr praktisch nützliche Dinge zu machen. Was hat Sie dahin gebracht? Ja, ich darf mich dem Dank auch nochmal anschließen für die Einladung, vielleicht kurz vorab. Das Thema Gewissen fand ich grandios als ein Gesprächsabend oder überhaupt, also ich könnte das auch für mich als meine, ja, so ein bisschen mein Lebensmotto sehen. Also wenn man sich umschaut und gerade die Beuys-Wanne sieht oder überhaupt den Werdegang von Beuys, der am Anfang immer belächelt wurde und später einer der ganz großen Vordenker war oder eigentlich für uns so die Abstraktion ermöglicht, die Abstraktion. Ich habe noch in der Zeit studiert, wie man also die Nachbarklassen, wie man angefeindet wurde, wenn man sich also einschrieb für, mein Professor war der einzige in München, der ein abstrakter Künstler war, den wollten die erschlagen, den wollten die umbringen. Also war unglaublich Gas da. Und man sieht heute, wie sich das alles geändert hat und dass die Kunst, wenn man auch über Kapital spricht, weltweit einer der größten Märkte geworden ist. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle es steht. Wir haben Banker hier. Investmentmärkte. Investmentmärkte meinen Sie? Ja, überhaupt Investment in die Kunst und natürlich die Künstler auch, die sich mit dem Kunstmarkt natürlich zum großen Teil identifizieren oder ihn beliefern müssen und so weiter. Ich habe mich da vornehm rausgenommen oder rausgestohlen. Einmal bin ich ein bisschen Spätentwickler, muss ich zu meiner Persönlichkeit auch sagen und Geld haben meine Eltern schlichtweg vergessen, mir den Umgang damit beizubringen. Trotzdem habe ich es ganz gut gemacht, habe es bisher geschafft und finde die Kunst als ein, ja wie sagt man, als ein Beruf einmal für mich, ich wüsste nichts anderes, was ich lieber machen würde. Ich finde es eine unglaubliche Erfüllung und kombiniert oder zum Thema Gewissen mit sich mit sozialen und Umwelt auseinanderzusetzen. Für mich persönlich eine ganz große Erfüllung und eine ganz große Herausforderung und ich hatte das große Glück, muss ich auch sagen, man kann das immer auch sagen, ich bin nicht besser als viele andere oder auch hier eher bin ich immer ein bisschen langsamer gewesen als andere, aber ich wusste, ich bin sehr früh von zu Hause weg und bin sehr früh in die Stadt gekommen und das hat mir schon geholfen, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, als wenn man noch am Land gelebt hätte und der Druck, der natürlich da kommt und hatte in den letzten, kann man sagen 20 Jahren, hauptsächlich Reisen mit Projekten, also ich reise in ein Land und ich entwickle dort ein Projekt und wenn man so, also wie ich jetzt die letzten 15 Jahre sehr viel in China und letztens im Jahr auch in Indien zu tun hatte, wenn man die Länder erlebt und dort leben muss auch, weil ich dann dort arbeite, dann weiß man natürlich, das geht so keinesfalls weiter und wir sehen das ja bei uns, man muss ja nur täglich eigentlich, ich baue gerade ein Archiv auf, ich sammle bestimmte Themen, auch aus Zeitungen, Wasser zum Beispiel oder überhaupt Umweltthemen und wenn man, also in China, wenn ich drei Monate in einer kleinen Stadt bin oder in Indien, da geht es mir richtig, richtig schlecht und als Künstler habe ich mir gedacht, ja wunderbar, mein Reichtum, jetzt muss ich auch mal mit Reichtum oder auf das Thema, das ist Kreativität, das habe ich mir gedacht, verdammt, du bist ja so kreativ, du musst was machen und das ist meine große Lust oder auch die Erfüllung, die ich sehe und das Bauen mit Müll, das ist natürlich auch ein Schockthema ich hatte das tolle Glück für Deutschland, sowohl in beiden Ländern, wie der China und Indien, die Präsentation des Landes zu machen und hier ging es darum, dass sich die Großindustrie einmal nicht präsentiert als, wie sagt man, in einer Messe, also wir wollen jetzt was verkaufen, natürlich geht es immer um Geld in letzter Konsequenz, aber hier ging es eigentlich darum, so Zukunftsvisionen entwickeln, wie zeigt sich, was sind die Märkte, wo kann eine Firma wie BASF oder die Deutsche Bank oder Allianz oder was, egal, Geld, Versicherung, Produkte, Chemie, wo sind die Märkte und die sind ja tatsächlich oft in diesen oder eigentlich in der Zukunft in den Ländern mit den Megacities, also sprich eigentlich diesen zwei globalen Ledern und da habe ich eben sehr viel gelernt über Entwicklung, Stadtentwicklung, also was wird überhaupt gebraucht in der Zukunft vielleicht noch ein Satz, ist ein wunderbarer Artikel, gerade vor ein paar Wochen rausgekommen in der Süddeutschen Zeitung über die Stadtentwicklung der Zukunft, also wir werden eigentlich auch von den Slums lernen müssen, wie wir unsere Zukunftsentwicklung, unsere Märkte machen müssen Um das ein bisschen plastischer zu machen für das Publikum, also da gibt es dann, wenn ich mir im Internet ihre Arbeiten angeschaut habe, da gibt es dann Häuser mit Plastikmüll, Plastikflaschen, wo man tatsächlich drin wohnen könnte oder tut oder zum Beispiel auch Wasserzisternen aus so etwas, also wo Wasser gesammelt wird Ich bin, also ich arbeite natürlich, nichts kommt von alleine, ich arbeite natürlich immer mit Ingenieuren, Universitäten, Firmen zusammen und bin technisch sehr interessiert und meine Arbeit könnte man eben, ich habe es vorhin erwähnt, auch nützlich nennen Das heißt, der Pavillon steht erstmal oder das Haus als ein Kunsthaus da, in China habe ich sehr viele Bambushäuser gebaut, in Südafrika habe ich gerade vor drei Wochen einen großen Turm mit 50 Quadratmeter Fassade eröffnet, nach einem Jahr Bauzeit und der habe ich aus den Stränden Kapstads mir den Müll, den Plastikmüll sammeln lassen und habe dort einen schönsten Park in Kapstadt aufgebaut und habe in der Firma gearbeitet und wir haben versucht, innen eine extrem Leichtbaukonstruktion zu machen schon dahingehend mit der Frage, könnte man nicht in Müllhäusern auch wohnen, also wenn man vom Flughafen in Kapstadt aussteigt, ist ja das Erste, dass man überall durch Slums fährt und ich gehe da auch rein und fotografiere und zeige die auch in meinen Ausstellungen als eigentlich schon Kunstwerke die Menschen machen ja mit nichts, bauen ihre Häuser und leben da mein Gedanke war, das ist ja schon eigentlich eine tolle Arbeit ich verliere gerne den Faden, wenn ich ablenke, aber ich muss es sagen, Wanderarbeiter in Indien, grandios die bauen aus nichts, bauen die sich wunderschöne Zelte mein nächstes Projekt muss eine Ausstellung damit sein von den Wanderarbeitern, das sind schon fertige Recyclinghäuser eigentlich eben wirklich Kunst und mein Gedanke ist eben, wenn Sie sich umschauen und wir erleben es ja permanent irgendwelche, jetzt gerade Nepal, die Großkatastrophen Erdbeben, aber viele Sachen ja aus der Klimawechsel heraus Erwärmung, Stürme, wenn man zu den Philippinen schaut oder überhaupt große Katastrophen was bleibt, auch nach einer Flut, ist immer kleinteiliger Müll meistens wird er einfach unter die Erde geschoben und mein Gedanke ist, es sind natürlich Ressourcen es sind Wertstoffe, ich mache gerade ein Projekt auch über Wertstoffe wunderbar, der Name, also ich weiß nicht, wie es in Österreich geht, aber wir Deutschen wir sagen nicht Müllplatz, wir haben überall ganz groß hingeschrieben Wertstoffplatz, also so heißen die bei uns und eigentlich ist es richtig, weil da ist natürlich jede Menge Energie da drin und meine Idee ist eben jetzt und ich habe schon angefangen mit dem Prototyp, eben Häuser aus Müll zu bauen das heißt, da kann man isolieren, da arbeite ich mit dem Klimalehrstuhl man kann die Flaschen mit Flüssigkeit fühlen, das wird auch teilweise schon gemacht man kann damit wunderbares Klimadesign machen, tagsüber heizen die sich auf nachts gibt es in kühlen Regionen schön strahlt es Wärme ab oder umgekehrt, man könnte also Slumhäuser damit optimieren aber mir geht es auch ein bisschen so als Künstler ich baue im Prinzip singuläre Arbeiten hauptsächlich ein Wasserkleinkraftwerk ist was anderes aber das heißt, ich möchte den Menschen eben auch eine Anregung geben oder möchte ein Projekt bauen heute bin ich ja hier durch die Stadt gelaufen ja sagenhaft diese Stadt also was hier für Monumente gibt wenn man sich das vorstellt wenn da nicht einer gewesen wäre oder viele, die gesagt haben das muss schön werden, das muss Kultur sein und so geht es mir als Künstler, dass ich sage auch wenn das ein armes Land ist oder eine arme Region und wir werden uns damit ja in Zukunft auseinandersetzen müssen immer mehr aber das kann doch auch praktisch sein das kann schön sein, das kann herausragend sein und so sehe ich meine Arbeit eben dass ich sage, ich will mit dem was ich kann eben Armut auch ein Gesicht geben das heißt eine tolle Gestaltung, ein tolles Design natürlich nutze ich auch die Kunst oder den Kunstmarkt oder den Kunstschiene den Kunstbereich dafür dass Menschen damit auch lernen umzugehen oder ich versuche sie zu sensibilisieren und sehe darin eine ganz ganz große Möglichkeit eben für mich vielleicht auch nur in kleinen Schritten aber eben etwas in die Welt zu setzen was nicht nur mir vielleicht eine Befriedigung gibt dass ich sage, ich habe mich mit Sozialen und Umwelt auseinandergesetzt sondern einfach Anregungen gebe für große Rotkreuz, GIZ weil wie sie alle heißen, sind ja weltweit große Unternehmen die wirklich was bewirken können ich selber werde, außer dass ich Anregungen geben kann Menschen zentrivisieren nicht im Ansatz jemals das bewirken können wie ein rotes Kreuz von mir aus aber da sehe ich halt eine ganz große Chance auch solche Unternehmen zu motivieren und zu sagen, hier ist eine Lösung hier, komm, lass uns mit Müll bauen und ruhig auch ein bisschen schocken aber im Endeffekt möchte ich, dass einer vorbeifährt Sie, Herr Miesig, Sie fahren vorbei und sagen, hoppla, was ist das? Bleiben stehen, schauen Sie, sagen Sie, das will ich auch haben dann arbeiten Sie sind ja vor allem wahnsinnig schön vor allem in der Nacht, wenn Sie beleuchtet sind und von oben fotografiert werden diese Fotos habe ich ja gesehen, die sind ja beeindruckend jetzt haben, glaube ich, alle ein bisschen einen, zumindest Eindruck was unsere beiden Gäste so tun im Leben um das so alle abzusagen und wir haben das irgendwie schon gemerkt wir reden hier über ja, Handlungen Aktivitäten, die man setzt was sozusagen äußere Handlungen sind die gleichzeitig aber bei jedem der beiden wenn ich das sozusagen versuchen kann das so zusammen zu tackern durch innere, interestische Motivationen begründet sind das sind die Quellen davon das ist ja letztlich auch unser Thema heute Gewissen ist etwas, was man drinnen hat ein gutes Gewissen, ein schlechtes Gewissen ist vielleicht sogar eine moderne Erscheinung früher hätte man vielleicht vor 200 Jahren noch gesagt oder vor 2000 Jahren überhaupt hätte man nicht gewusst, was er gewissen ist vor 2000 Jahren es kommt ein bisschen aus der Religion und vor 2000 Jahren war es eher noch so wenn du sozusagen die Regeln befolgst das, was Gott dir vorgibt dann bist du fromm und nicht, was drinnen in dir vorgibt das war wurscht irgendwie kam das in den letzten 200 Jahren auf und in den letzten Jahrzehnten habe ich den Eindruck ist es fast so etwas wie radikalisiert worden also so das innere die innere Motivation das wie man sich fühlt dass man identisch ist mit dass die äußeren Handlungen identisch sind mit der Vorstellung die man über sich selber hat dass man authentisch sein will der Begriff Authentizität ist heute für jeden wichtig vor 30 Jahren mein Vater hätte wahrscheinlich nicht gewusst was Authentizität ist und wenn ihm mit Authentizität gekommen wäre hätte er gesagt lernen was Gescheites pur also da hat sich ja sehr viel verändert glauben Sie dass diese Art von innerer intrinsischer Motivation gewissermaßen jetzt so etwas wie einen Siegeszug hinlegt einen Siegeszug einen Siegeszug oder vielleicht der falsche Ausdruck aber also wenn ich wenn ich wenn ich mir das anschaue was wir in Europa erleben mit Mittelmeer mit Afrika und wenn man eigentlich die Hilflosigkeit sieht wie die Welt sich diese Situation mit Militär mit mit dem Gedanken man könnte hier mit einem Zaun oder mit einer Grenze irgendwas erreichen dann denke ich das wird unser großes Zukunftsthema und da werden wir alle oder viele Menschen werden sagen nee da müssen wir absolut was machen also ich sehe es nicht so aber gleichzeitig ist es ein schlechtes Beispiel insofern oder ein negatives Beispiel weil dort haben wir ja alle nichts in Wirklichkeit wissen wir es ist auf jedes Jahr 20.000 und ja aber ich denke wir können sehr sehr viel machen also wenn wir eben gerade oder das Thema was wir heute eben haben mit wenig Geld viele Startups viele kleine Investments weltweit ich glaube eben dass wenn wir gerade eben in Afrika investieren würden oder in diesen ruralen in diesen armen Ländern wenn dort viel mehr gemacht werden würde dann gäbe es ja das wissen wir ja dann gäbe es ja nicht den ich bin kein Politiker ich bin Künstler und Handwerker muss ich sagen aber ich sehe hier gehe runter also ich darf ein Beispiel von mir sagen ich baue gerade in Zanzibar einen Wind-Wasserturm und ich habe zehn Jahre in Rom gelebt und ich fand das immer grandios dass die Italiener die leben auf der Straße in den Dörfern da ist Kommunikation da bei uns im Westen das ist eigentlich in den Städten sehr abgeschottet sehr kühl und wenn ich mir vorstelle mein Projekt in Zanzibar ich baue einen Wind-Wasserturm das ist die zentrale Tankstelle das Dorf wo ich es baue die werden nie das Geld haben einen eigenen Wasserhahn im Dorf zu haben das Glück wie sie haben ist dass die GZ einen sauberen Brunnen baut das heißt alle haben sauberes Wasser es gibt irgendwo einen Tank dann kann man abholen ich baue gerade einen Kühlturm nach dem alten arabischen Prinzip unten sind für 100 Leute Stufen das ist nur da wo ich hochgehe aber daneben ist es Fußballfeld das heißt ich habe eine verschattete Tribüne ich habe kühle Luft ich hole mein Wasser dort ich werde noch einen kleinen Windrotor einbauen dass ich mein Handy laden kann ich habe Kommunikation und da sehe ich die Chancen und da sehe ich eben Möglichkeiten lustvoll eben wo wir Europäer solche kleinen Lösungen aber wo wir die Leute stolz machen können in armen Ländern und sagen wir haben unser Dorfobjekt wir haben unser Fußballfeld wir haben unsere schöne Tribüne und so weiter als Alternative aber meistens würde man auch sagen oder oft würde man schnell dazu sagen eigentlich ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein also ich habe sehr viel nachgedacht über systemische Veränderungen zuerst im IT-Bereich wo eigentlich alle sieben Jahre eine Revolution stattfindet und die alten Firmen die an der alten Technologie hängen bleiben die schaffen es dann meistens nicht erfolgreich zu sein in Bezug auf finanziellen Rendite und so weiter im neuen Feld also wir sind wie ich gesagt habe in meinen einleitenden Worten in meiner Meinung nach am Beginn einer großen Transformation wo die Menschheit lernen muss wie man mit begrenzten Ressourcen ein gutes Leben für 9 Milliarden Menschen leben kann und das Finanzsystem ist momentan so konzipiert dass es eigentlich sehr viel Negatives dazu beitragt und wir können diskutieren was die Komponenten von Finanzsystemen sind die das ernebeln oder nicht aber einen Teil wo wir gesagt haben wo wir Hebelwirkungen sehen können ist eben das neue Feld von Impact Investments wo wir dezidiert Finanzkonstrukte einsetzen um expliziten positiven Wirkungsgrad zu erzielen es gibt da neue Produkte auf dem Markt die sind in Großbritannien auf den Markt gekommen die heißen Social Impact Bonds Social Impact Rendite wo der finanzielle Return den wir machen explizit abhängt vom sozialen Impact den das Investment hat das heißt in dem Sinn was ein Investment um die Rückfallsrate von männlichen Häftlingen die entlassen werden vom Gefängnis zu verringern in dem Bereich wo wir gearbeitet haben wo wir immer noch arbeiten das sind glaube ich 40% Leute die entlassen werden vom Gefängnis nach 12 Monaten wieder im Gefängnis es lässt sich sehr wohl im Finanzsystem feststellen wie viel das dem Staat kostet nur mit den primären Kosten dass man jemanden einsperrt und dass man jemanden aus der Gesellschaft herausnimmt der produktiv tätig sein sollte wenn wir mit unserer Investition in dem Sinn zum Beispiel die Rückfallsquote von 40 auf 20% senken können indem wir mit NGOs zusammenarbeiten die unser Geld bekommen um Alkohol Treatment Programme um Job Trainings Programme zu machen wenn wir durch die Intervention die Rückfallsrate senken auf 20% dann würden wir 13% finanziellen Rendite bekommen wenn wir sie nicht heruntersetzen dann verlieren wir unser Geld darf ich eine Frage stellen von wem kommt die Rendite vom Staat und weil der Staat sich durch bewiesener Weise die Studien werden von McKinsey und Konsorten durchgeführt weil die glaubhaft sind in Bezug auf die die Players dort und die die verifizieren das dann mit Controlled Study Groups weil das ist schon klar aber sozusagen damit ist es ja sozusagen kein Investment das tatsächlich auf einem auf einer Art von Marktrendite man verkauft es gibt ja keine Einnahmen sondern die Einnahmen sind dann quasi das was sich erspart erspart wird gewissermaßen zu einem Teil aber es geht zurück auf den Impact ohne den Impact könnten wir nicht die Rendite bekommen also da gibt es die ersten Konstrukte wo man das wirklich explizit zusammenfasst wir haben Ideen wo man an eine neue Weltbank inkorporieren sollte die wirklich sagen wir in Bezug auf Sanitäranlagen mit Staaten wie Indien arbeitet und denen große Anlagen zur Verfügung stellen sollte weil nachgewiesener Weise wenn die irgendwie das Sanitärproblem in den Griff bekommen könnten dass auch ihre Wirtschaft wachsen würde und wenn es dann der Fall ist dass die dann praktisch den Kredit zurückzahlen können also die Ideen sind draußen und die meisten und wir müssen die jetzt praktisch vorbringen um das Gewissen für mich geht Hand in Hand mit der persönlichen Entwicklung also Sachen die heute mit dem was meine Entwicklung war mache oder die früher gemacht habe würden mir heute ein schlechtes Gewissen machen damals aber habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt weil mein Bewusstsein anders war ich bin momentan sehr vorsichtig oft wie meine Gedanken umsetze in Worte weil Worte können sehr verletzend sein und ich war früher in meinem Leben sehr ungeduldig und sehr direkt und ich habe in den letzten Jahrzehnten Jahrzehnten in den letzten 15 Jahren durch Meditation und Yoga und andere Sachen gelernt meine innere Unruhe oder meine Unzähmigkeit so zu lenken dass es meistens einen positiven Einfluss hat und Sachen die ich damals gesagt hätte würden mir heute ein schlechtes Gewissen machen zum Beispiel das hängt aber zusammen mit der Bewusstseinsentwicklung die ich durchgemacht habe als Person und die Bewusstseinsentwicklung hängt davon ab wie man sich damit beschäftigt wenn man sich nicht beschäftigt mit dem eigenen Bewusstsein dann kann man auch nicht erwarten dass man ein tieferes Bewusstsein erlebt Ihre Frage ob es ein kollektives Bewusstseinsänderung gibt die uns ermöglichen als Menschheit bessere Sachen zu machen inkludierend Investoren vielleicht vielleicht auch nicht für mich ist das nicht die entscheidende Frage weil was ihr Bewusstsein ist ist ihr Bewusstsein und ich werde sie nie aburteilen in Bezug auf wo sie sind in Bezug auf ihre Bewusstseinsentwicklung aber je mehr man Zeit verbindet nachzudenken wer man wirklich ist nicht was für Beruf man hat was für Rolle dein eigenes Leben spielt was für einen Impact das eigene Leben hat umso mehr entwickelt sich das Bewusstsein für mich ist es die Art meines Lebens die sehr transparent für die ultimative Expression von dem was ich bin ich kann nicht sagen dass die Entscheidungen die trifft von jemand anderem gemacht werden wenn ich die Entscheidung treffe dass ich meine Investitionen nicht dazu beitragen sollten Klimaveränderungen dezidiert zu unterstützen das ist eine Entscheidung die treffe wenn ich die Entscheidung nicht treffe dann ist es eine Entscheidung die ich nicht getroffen habe in meinem Vermögen in meinem Cookbook für unsere Werte ist es unmöglich für jemanden eigentlich mit Bewusstsein die Konsequenzen vom Reichtum den man besitzt abzukoppeln von den Werten die man sonst behauptet man hat und da arbeiten wir Gott sei Dank mit vielen Leuten zusammen die die selben Werte haben aber ist es die Gesamtvervölkerung bei weitem nicht wir haben ein Netzwerk gegründet wo wir mit 80 anderen Investoren die 100% auch ihre Investitionen für positiven Impact einsetzen zusammenarbeiten über die ganze Welt von Australien über Hongkong Singapur Jordanien Palästinien Israelis Europäer Kanadier Mexikaner und was uns zusammenbindet ist das Bewusstsein dass wir sagen wir unterscheiden unsere Investitionen nicht von den Werten die wir haben und wir sehen die Konsequenzen von unseren Investitionen als ein Expression von dem was wir wirklich sind statt dass unser Gehirn wieder uns vorspielt wie es ja meistens so ist dass man das abstrahiert und jemanden anderen überlässt die Institutionen die Geld investieren haben kein Gewissen die Leute die Geld investieren haben Gewissen das heißt die Leute mit denen deswegen ist es auch so schwierig momentan mit Institutionen zusammenarbeiten für uns wo die Leute die das Geld verwalten haben einen Job meistens Männer sehr wenige Frauen dort und die sehen ihren Job als Job an nicht als als eine als eine als eine als eine who they really are als eine Expression von der Seele die sie haben und wir Impact Investoren die sehr wohl holistisch hineingehen das unterscheidet uns von dem und deswegen arbeite ich gerne mit den Leuten zusammen und die haben sehr wohl ein anderes Bewusstsein was sie machen mit ihrem Reichtum wir sind momentan sehr in der Minderheit natürlich und wie ich angefangen habe habe ich mir gedacht ich finde vielleicht zwei Dutzend wir haben 80 gefunden innerhalb von eineinhalb Jahren mit 4 Milliarden Dollar dahinter und da scheint jetzt das Institutionelle Kapital zumindest aufzuwachen dass es uns auch gibt die moderne Portfolio Theorie die momentan verbreitet wird in allen Universitäten die behauptet ja falsch fälschlicherweise dass wir alles rationale Investoren sind ich habe noch keinen rationalen Investor kennengelernt ich bin certainly nicht rational wenn sie mir zuhochen bin ich ein rationaler Investor nein ich will Gutes tun aber die ganze Theorie hinter der Investitionstheorie sagt alle wollen nur maximieren zweitens sagt die moderne Portfolio Theorie dass es frictionless Märkte gibt die ganzen Märkte sind manipuliert ich will sie manipulieren zum Positiven nicht zum Negativen und drittens ist es für die meisten Leute die studieren ja MBAs haben die die sind diese Makroökonomen 90% von dem was sie lernen ist nachgewissenerweise falsch weil es nicht funktioniert es trägt dazu bei praktisch die Klimaveränderung zu intensivieren nicht zu verhindern ja und wir Impact Investoren wir sind nicht damit einverstanden und wir arbeiten dagegen um das System zu ändern wie wir das machen ist praktisch uns mit Transparenz unsere Portfolios vorzustellen so damit die Intermediaries nachvollziehen können wie man das macht ich muss jetzt ein bisschen bremsen nämlich damit ich noch zu ein paar Themen komme nämlich wir sind ja jetzt schon mittendrin wie können wie können Wirtschaftsakteure oder nur Leute die eine Handlung setzen aus dem aus der intrinsischen Motivation sie wollen sich nach dieser Handlung gut fühlen Gutes tun was ja aber irgendwie auch voraussetzt dass alle anderen die das nicht tun in Wirklichkeit vorsätzlich böse sind und das ist ja nicht der Fall der Punkt ist doch in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist wahrscheinlich aber in jeder Art von arbeitsteiligen komplexen Gesellschaft Kapitalismus nicht Kapitalismus wurscht ist doch der Fall dass jeder irgendwelche Handlungen setzt deren Folgen er eigentlich gar nicht mehr oder die so abgegrenzt einerseits kann er sie nicht ganz verfolgen andererseits sind sie so lokalisiert dass er für das Gesamtergebnis gar nicht zuständig ist wir sitzen hier auf Einladung der Bank Austria deswegen fällt mir das ein aber es hat nichts mit der Bank Austria zu tun sondern mit des Bankwesens generell nach der Finanzkrise haben Soziologen so qualitative Interviews geführt was ist eigentlich in den Bankern vorgegangen in dieser Zeit des großen Rades und dann sind sie draufgekommen dass sie die aus der Investment Abteilung haben gesagt die Kunden sind schuld weil die sind gierig und die aus dem Geschäftsbanken Bereich haben gesagt die aus dem Investment Bereich sind schuld weil die das sind die Jungs auf Koks die haben dann auch wieder gesagt aber die Mathematiker sind schuld weil die haben doch diese Risikoanalysen gemacht und die Mathematiker haben gesagt die sind ja deppert wenn sie unsere Analysen glauben wir machen doch nur Modellrechnungen und die Vorstellungsvorsitzenden haben gesagt ich kann nichts dafür ich kann doch nicht das gesamte Unternehmen überblicken das ist ja alles viel zu komplex am Ende war alles so schön verteilt dass niemand dafür verantwortlich war und jeder jemand anderen die schuld zuschieben konnte das heißt wenn wir jetzt und das ist nicht nur im Bank gewesen sondern in Wirklichkeit in unserem ganzen Leben wenn ein Flüchtling irgendwo ertrinkt wie nicht so weit weg um zu sagen ich bin schuld und der Polizist in was weiß ich wo von der Insel kann auch sagen dass er ja nicht schuld ist letztendlich ist in einer komplexen arbeitsteiligen Gesellschaft eigentlich eine ganz super es ist ein ganz super Mechanismus unter Anführungszeichen um schlechtes Gewissen eigentlich zu sistieren oder ich finde wir können gar nicht genug schlechtes Gewissen haben und ich sehe das auch so also ich habe das vorhin mal kurz erwähnt auch wenn ich das so sage mit dem Geld und den Eltern meine Frau der ich natürlich auch verdanke dass ich so viel in der Welt rumreisen und experimentieren darf und viele meiner Arbeiten sind Experimente die liest in der Früh das Freundentum was ich eigentlich lesen müsste beruflich und ich lese den Wirtschaftsteil und für mich ist das eigentlich ein Krimi und ich finde das was sie vorhin gesagt haben also ich bewundere sie und andererseits sind sie aber auch jemand der ich bewundere sie dass sie das schaffen aus ihrem Werdegang eigentlich so ein positives Bild zu machen und ich denke eben das sind die wenigsten aber auf der anderen Seite und da glaube ich sind die das vielleicht noch viel wichtiger weil Menschen wie sie werden immer nur sehr singulär sein Menschen wie ich die versuchen sie sagen ja auch Ideen gibt es viele natürlich aber ich denke die kleinen Schritte sind wichtig aber was wir vielleicht nicht vergessen dürfen und dazu das ist das sogenannte Image einer Firma oder wir sagen ja so schön CSR Corporate Social Responsibility und das finde ich zum Beispiel eines der spannendsten Dinge die ich in der Früh lese wann geht eine Firma über den Jordan da reicht was weiß ich in irgendeinen kleinen Bio Zeitung der Toaster hatte Asbest und schon kämpfen die über Monate ums Überleben was weiß ich Roventa Toaster Hersteller und so weiter und so geht es natürlich Global Player vorhin haben wir kurz geredet Deutsche Bank Chefs Doppelspitze weg damit zack da denkt man doch die sitzen doch da drinnen das muss doch alles aber das ist ja alles so schnell und das finde ich da sehe ich die ganz große Chance oder so sehe ich das einmal das was sie machen oder die Business Angel auch oder dieses ganze Social Business dass das ein hoch kreativer Prozess ist wie mein Anwalt auch wenn der für mich einen Gerichtsprozess gewinnt genial das ist für mich der viel größere Künstler als ich aber eine große Firma und da darf ich jetzt das Beispiel nochmal sagen wie Ikea die sie haben es vorhin gesagt als Stiftung 30.000 Flüchtlingshäuser baut ich meine die machen das nicht zum Spaß also die sehen da ein Geschäftsmodell die haben angefangen ein Flüchtlingshaus kostet 8000 Euro zu Beginn und jetzt nach ein paar Jahren ich weiß nicht ob sie es geschafft haben auf 1000 Euro jetzt haben sie an die Vereinten Nationen 30.000 dieser Einheiten oder dieser Häuser verkauft hässliche kleine Plastik mit dem Giebel Dach eine kleine Solaranlage obendrauf und so weiter aber es ist immerhin ein Millionengeschäft und da sehe ich die große Chance für unsere Zukunft also Geld bestimmt die Welt natürlich aber dass Firmen eben sehen aha wir die Gesellschaft wir haben Ansprüche und wir sind aufgeklärt und wir leben im Internet Zeitalter man muss ja nur junge Leute beobachten heute wie die mit den Medien auch umgehen und dass eben Firmen sich sehr genau überlegen und auf meiner Tour mit den Firmen habe ich auch erlebt also dass dieses Bild wie eine Firma sich sehen möchte in der Gesellschaft wie sie sich in der Zukunft positionieren wenn sie falsche Entscheidungen ist doch auch wunderbar dass ihr ich sag jetzt mal sie sind ja auch schon fast Amerikaner wie die Amerikaner uns zeigen wo es lang geht der Apple Computer die Facebook die Google da sind die Multimilliardengeschäfte und ich ich arbeite halt gerne mit dem Apple Computer ich würde mir nie einen anderen Computer auf den Tisch stellen weil er effizient ist weil er gut ausschaut weil er vielleicht dank ihnen auch noch das richtige Programm hat und so weiter das heißt da ist haben sie ein iPhone auch natürlich habe ich ein iPhone aber das wird ja von chinesischen Arbeitern zusammen geschraubt die sich daran umbringen so ist es ja und das macht mir zum Beispiel da ich habe mir immer gedacht ja ich kann nicht mit Geld umgehen aber vielleicht kaufe ich mir mal eine Aktie und so weiter aber wenn man dann genau hinschaut wie sich so ein CSR jetzt von Apple empfindet und und seit können wir sagen seit zwei Jahren ungefähr kam so ganz langsam auf ja Apple macht gar nicht mehr so eigentlich ihre positive soziale Umweltgeschichte kommt immer mehr ins Gerede in China und man sieht es ja also ich fasse mich jetzt an der eigenen Nase die deutschen deutsche Autofirmen in China permanent in der Zeitung wieder Wirtschaftsteil die dann eben bangen müssen und müssen überleben weil einer der wichtigsten Geschäftspartner der Welt China ihnen die rote Karte zeigt und sagt hier nee also ich setze um es kurz zu machen auf das Gewissen der großen nicht auf das Gewissen auf der großen Firma sondern auf einfach generell dass der globale Trend dahin gehen wird dass wir vielleicht auch viele kleine Startups und Business und so weiter haben das werden wir brauchen aber die Global Player die werden letztendlich für mein Gefühl das Geschehen bestimmen und wenn es gut läuft dass wir alle auch ein bisschen mit was dazu tun können oder die Gesellschaft dass hier einfach auch so ein Richtungswandel ist dass es eben dann nicht mehr nur ums Geld geht sondern dass es eben absolut auch darum geht wie steht so eine Firma da Sie haben es gerade gesagt Apple wunderbares Beispiel das spüren die schon auch und wenn sie es jetzt nicht spüren weil sie halt noch so ein tolles Design haben lassen sie den lassen sie die einen lassen sie eine andere Firma den Sony Walkman machen vielleicht in einem halben Jahr dann wird Apple unter Umständen ganz ganz schnell wieder zurückfinden das was er jetzt gerade beschrieben hat nämlich dass das jetzt nicht nur für Investoren gilt sondern auch für Konsumenten dass sie und damit für eine Marke dass sie beim Konsumenten nicht als eine Marke dastehen darf der Blut auf den Händen hat das gilt ja eigentlich auch noch für einen anderen Bereich der Ökonomie nämlich auch für die Beschäftigten selbst wer will denn bei einem Unternehmen arbeiten wo man sich dafür genieren muss also wer sagt denn gerne am Kneipentisch ich baue Tretminen sagt man doch lieber ich baue ich baue ein iPhone das jeder haben will andererseits ist das so neu es gibt genügend Leute die bei Gluck arbeiten da in Österreich wahrscheinlich sicher und da muss man sich natürlich die Frage stellen ist das kompatibel mit seinen eigenen Werten und offensichtlich für die Leute die dort arbeiten ist das kompatibel ich will die nicht kritisieren sondern nur sagen die müssen nach ihren Werten leben und nach ihrem Gewissen handeln ja und offensichtlich ich könnte es für mich nicht verantworten aber andere können das verantworten das sieht man wieder die Relativität von unseren Entscheidungen und möglicherweise sind dort die Gehälter um 20% höher als im Durchschnitt weil man gewissermaßen das mit Geld ersetzen muss ich meine Sie haben angeschnitten die großen internationalen Konzerne ich sehe die CSR Components also die Corporate Social Responsibility sehr kritisch weil im Endeffekt sind die großen internationalen Konzerne werden die geleitet von Leuten die momentan das legale System so interpretieren dass sie jedes Quartal mehr Umsatz und mehr Profit schaffen müssen ich war ja selber Officer von einer Publicly Held Company und da muss man jedes Quartal dastehen und erzählen Wall Street was man gewirtschaftet hat und wenn man da nicht die Erwartungen erreicht dann fällt der Share Price sofort was allerdings sehr interessant ist weil Sie die Konsumentenmacht angesprochen haben die ist sehr wohl vielleicht noch mächtiger in manchen Bereichen als die Investoren weil sich niemand erlauben kann eben so wie Apple oder Nike oder andere wenn die Konsumenten dann deren Produkte in Verbindung bringen mit Sachen wofür sie eigentlich legal gar nicht angeklappt werden können sozusagen aber trotzdem sind das heißt die Risiken sind nicht mehr am Balance Sheet oft sondern sind auf Balance Sheet und es gibt ganze Stäbe von Mitarbeitern die sich das jetzt anschauen müssen weil eben die Konsumenten sehr wohl Einfluss nehmen können genauso wie die Investoren weil die Investoren es gilt aber nur für große Labels die am Konsumentenmarkt sind es gilt nicht für jemanden der quasi Zink produziert und auch niemanden der Non-Name-Fetzen produziert stimmt stimmt aber die sind nicht die Assoziierten nicht mit Brands mit Marken ja natürlich und da da würde ich Ihnen empfehlen also nicht nur bei Ihrer Bank nachzufragen was die mit ihrem Geld macht weil es fehlt sehr wohl an Transparenz und wir wie ich gesagt habe wir investieren wir arbeiten nur mit Banken die volle Transparenz bereiten für uns und in Amerika gibt es Gott sei Dank genügend Banken die heißen Community Development Banks die sind auch von der Federal Government versichert also außer das US das US Government geht bankrot verliert man auch kein Geld wenn die Bank runtergeht und die Banken das Banken Business ist momentan schwer unter Beschuss von allen Seiten auf der einen Seite die Retail Investoren da kommen die Googles und die Apples und alle anderen mit Payment her und natürlich wissen dass die Bankchefs dass ihr momentanes Business Modell nicht mehr so sein wird in 10, 20, 30 Jahren auf der anderen Seite gibt es die Privatkunden die auch sagen wir möchten mehr Impact haben und das ist gut so weil dann müssen sich die Banken auch ändern und die Banken die sich anpassen können an die neuen Realitäten von Transparenz und von Transparenz in Bezug auf was die Investitionen machen die werden im Endeffekt dann gewinnen außer das ganze System kollabiert was auch eine Möglichkeit sein kann natürlich ich würde nochmal gerne auf die also der Konsument also das Gegenteil nochmal sagen also ich habe eine Idee als Künstler und habe mir gedacht die hat die Baumärkte die internationalen Baumärkte das wäre eine geniale Plattform für mein Wasserkleinkraftwerk dann bringe ich das in jede Ecke der Welt und dann bin ich mit denen in Kontakt gekommen und so weiter und über diese Schiene und diese Gespräche habe ich also kam immer mehr so dieses unser Problem in Deutschland ich glaube in Österreich ist vor einem halben Jahr oder was einer der größten Baumärkte hier pleite gegangen und die Baumärkte in Europa oder in Deutschland sage ich es mal ich kann immer nur von meiner nächsten Nähe ausgehen die die leiden unter Amazon und Amazon also jetzt kommt der Konsument dem Konsument ist es völlig egal dass da um die Ecke der Tante Emma Laden ist und der einen noch liebevoll überdreht der bestellt bei Amazon und das wird geliefert und man steht fünf Stunden im Postamt und muss diese ganzen Blödsinn mitmachen aber Fakt ist das funktioniert und hier ist das Business in Kalifornien gibt es 20% der Bevölkerung die sehr wohl bis zu 10% mehr für Sustainability zahlen will und kann das ist ein großer Markt und da kommen der Markt ist groß genug dass die dass die Hersteller dann auch mit uns uns Produkte liefern die wir verlangen zum Beispiel und die neue Generation viele der Next Geners die sagen wir wollen wissen woher das Zeug kommt und die Supply Chain und Valley Chain und wie das gemanagt wird und die sagen dann auch ich bezahle dafür vielleicht sogar ein bisschen mehr nicht viel mehr aber ein bisschen mehr da gibt es 20% in Kalifornien die das machen würden aber genau da wollte ich jetzt gerne reinsetzen die Baumärkte denen war das bis dato völlig egal das musste nur billig sein und raus damit und Business und jetzt merken sie sie müssen sich neu erfinden und da sehe ich eben die große Geschichte oder die große Chance da drinnen dass man eben im Prinzip sagt das sind ja gigantische Unternehmen und da hängen wieder tausende von Firmen und genau das was sie sagen jetzt kommt einer her und sagt ok probieren wir es mal mit sozialen probieren wir es mal mit Umweltbewusstsein und ich denke eben das sind Lernwege von Firmen die verinnerlichen das Ding auch die Baumärkte haben sich immer überlegt ich habe gesagt wir investieren nur in wie sagt man erneuerbares Holz Renewable Timber und nicht Holz das niedergeschnitten wird und nicht wieder aufgeforstet wird und ich habe einmal gedacht warum kriegen wir da nicht bessere Rendite weil jeder sagt doch normalerweise wenn ich sich fragen würde ist es besser dass man Renewable Timber sagt sagt jeder ja natürlich ist es besser und trotzdem bekommt man oft nicht mehr Geld wenn man in solche Sachen investiert und dann habe ich nachgefragt warum ist das der Fall das geht ganz ganz durch durch das System weil die Staaten zum Beispiel Brasilien oder auch Österreich das Wirtschaftswachstum wird gemessen wenn man Bäume niederschneidet nicht dass man sie wieder aufforstet sondern man kann sie einfach niederschneiden und es wird als positives Wirtschaftswachstum gezählt ja aber wenn man es niederschneidet und neu pflanzt ist es noch mehr Wirtschaftswachstum es ist nicht so dass das neu pflanzen das ist ja auch kriegt ja auch jemand Gehalt der das anpflanzt also steigt es noch mehr eventuell ja aber nicht da hängt es davon ab wie viel der Markt dafür zahlt für sowas und wie man das aufs Balance Sheet hinauf bekommt und da gibt es natürlich Efforts so wie zum Beispiel RED wo globale Development Banks zum Beispiel ich weiß nicht ob die österreichische Entwicklungsbank da mitmacht eben dann das Government bezahlt dafür das wieder aufzuforsten oder nicht abzuforsten also es gibt schon Ansätze dafür aber im Prinzip sage ich nur im Prinzip ist es so dass die Staaten nicht dafür renummeriert werden sozusagen in ihrem Wirtschaftswachstum von dem und dann sagt man okay dann gibt es auch keine Verifikationsgremien die wirklich sagen okay wenn ich jetzt das Holz kaufe statt dem kann ich wirklich sagen dass es sustainable ist oder nicht und bis zum Konsumentenverhalten wenn es teurer ist dann kaufen die meisten Leute eben das andere Holz es geht ganz durch vom System vom Hersteller bis zum bis zum Konsumenten was man noch was noch jeder machen kann was ich auch oft sage ist die Leute sagen immer das ist nicht mein Problem aber die meisten Leute vor allem in Österreich beziehen eine Pension irgendwann einmal und die Pensionen die investieren die sind eigentlich die die größten Investitionen die gemacht werden also im österreichischen Umlagesystem nicht die die ja Zusatzversicherung haben ja und 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 die meisten Pensionäre wenn ich die frage oder zukünftige Pensionäre und sage du wärst dir recht wenn deine Pension ausgezahlt wird obwohl die Investitionen die deine Pension die deine Pension finanzieren die Umwelt für deine Kinder und deine Kindeskinder ruinieren dann sagen die meisten natürlich das will ich nicht dann gehen sie zu ihren Pensionsverwaltern und sagen können sie bitte nur mal Renewable investieren dann sagen die die Finanzexperten sozusagen die so viel Geld schon verloren haben also so großartige Experten sind sie sagen oh lieber Pensionär willst du deine Pension haben oder was Gutes tun dann sagt der Pension oh ich will meine Pension haben und 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 endet der Debatte ja und 90% vom 90% vom investierbaren Kapital auf der Welt ist pensions und institutionelles Kapital die haben kein Gewissen wie gesagt weil die werden verwaltet von Managern meistens Männern die einen Job haben da gab es mal eine wunderbare Geschichte in der Zeit ein ganzes Dossier in Deutschland gibt es nämlich auch so Risterrente ist das genannt also private Zusatzversicherung also private Säule und einer der da immer schon einzahlt ein Journalist hat dann gesagt jetzt recherchiere ich mal was mit meinem Geld passiert und ist draufgekommen also der Fonds wo das investiert baut tatsächlich Tretminen die eingesetzt wurden im Libanon und ein Kind ist draufgetreten und hat das Bein verloren das heißt ihre Pension wird gezahlt und der Journalist ist dann zu dem Kind gefahren und hat ein Interview mit dem Kind gemacht das war eine ganz ergreifende Geschichte unser Sohn der hat eine Zeit lang bei Apple gearbeitet und in Amerika versichert man sich selber für die Pension da gibt es die 401k wo man sagt 6% vom Gehalt wird abgezogen vor Steuern und kommt in ein Pensionsfonds und mein Sohn der wird wahrscheinlich noch 30 Jahre arbeiten der hat gesagt es ist absurd dass ich in meinem Pensionsfonds nicht Alternativen habe wo ich langfristig investieren kann also die ganze Industrie in Frankreich da ist jeder Pensionsfonds verpflichtet 10% von den Investitionsmöglichkeiten auch sozial anzubieten und das hat einen wesentlichen Einfluss gehabt wie die Leute reagieren und was auch die Anbieter haben das ist praktisch der Beginn von dem System dass die richtigen Fragen gestellt werden aber die meisten Leute die sagen das System ist zu kompliziert ich kann eh nichts ändern so wie Sie impliziert haben in Ihrer Frage es ist zu kompliziert und ich kann eh nichts machen ich finde das ist eine sehr einfache Antwort für uns alle und ich encourage Sie alle die Fragen zu stellen an Ihre Bank und an Ihr Pensionssystem um herauszufinden worauf unser Wohlstand dann wirklich passiert ich hoffe Ihnen hat es gefallen es sind ein paar Fragen offen geblieben bei Ihnen bei mir leider auch aber so ist es halt ich hoffe es hat Ihnen gefallen ich danke Ihnen dass Sie da waren ich danke den Gastgebern dass Sie uns eingeladen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein angenehmes Buffet und Ihnen beiden danke ich natürlich besonders für das Gespräch und ich wünsche Ihnen